Dima, ich geh jetzt zu Elternabend. Mama, da brauchst du doch gar nicht hingehen. Ich erzähl dir doch alles. Bla, bla, bla. Ich möchte selber hingehen und mir ein eigenes Bild machen. Du erzählst doch immer so gut von Herrn Grimm. Bis später. Ja, viel Spaß. Nichts zu erzählen, Blatt. Wann wolltest du mir erzählen, dass du sitzen geblieben bist? Hey, 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 hey. Herr Grimm sagt, du gehst seit sechs Jahren auf die fünfte Klasse. Aber dieses Jahr schaff ich's. Heute hab ich mir das Zocken echt verdient. Nur am Zocken, diese Junge. Aber ich hab doch das Ganze... Ja, red dich nicht raus. Ich weiß Bescheid. Dima! Mama, ich streame gerade auf Twitch. Essen ist fertig. Boah, geil, ich hab schon ein bisschen Hunger. Mama, was gibt's denn zu essen? Essen ist fertig in zehn Minuten. Aber du kannst schon mal die Gischdecke. Aha. Dima, bist du verrückt geworden? Was ist das für ein Lärmblatt? Ich übe von deinem Aufzug. Wer will sich das denn anhören? Es gibt so viel chillere Musik, wie dieser eine Freund von dir, der Obstkorb im Gesicht tätowiert hat. Ah, du meinst Lelano. Ja, genau, Dynamo. Und jetzt hör auf an deine Träume zu glauben und mach Hausaufgaben. Okay. Mama, ich geh raus Waveboard fahren. So willst du rausgehen, Blatt? Draußen sind minus zwei Grad. Mama, ich hab doch schon ne Jacke an. Denkst, das reicht? Hier, zieh das an. Draußen kein Teil Sibiria. Ich glaube, so müsste das reichen. Bei deinem Immunsystem muss man doppelt, dreifach, nein, vierfach sicher gehen. Mama, ist so okay? Niemand macht die Jacke hinzu. Jetzt kann ich doch rausgehen, oder? Aber vergiss nicht Mützenschalen und Anschulden. Mama, ich geh jetzt. Ah, Dima, draußen ist schon spät und dunkel. Ich will nicht mehr, dass du rausgehst. Like diese Video, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Aber wichtigste, kommentiere Dima Putz. Damit Dima Putz.